Hallo und herzlich willkommen... Nigga. Oh Gott. Zurück zu... Okay, Jäcker. Äh... Äh, fuck! Äh, zu MB2. Genau, so ist das Spiel. Mit Jäcker, Jonas... Äh, Henrik. Henrik, ne, ich immer zuletzt. Danke. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Jäcker, ich möchte jetzt aber, äh... Perfekte... Assassin's Skills, ey. Ich kotz war an, dass ich keinen Ninja Pro hab, ne? Ich muss die ganze Zeit sneaken. Äh, er ist... Von Halle zu... Zum, äh... A-Spot in diesem Hochgang. Gewesen. Shit, ey. Oh! Oh, Mann, ey! McCain Rain. Oh, warte! Scheiße! Umgerotzt. Ja, ich fasse. Mach nicht gar nichts, Alter. Booooom! Oh, Mann. Ich war bei mir geschossen. Ja, der Frame Dropped... Er hat den Frame Dropped... Er hat den Frame Dropped... Es ist, ich kenne mir das nicht. Nein! Ich war mindestens so ein Millimeter über deinen Kopf, Alter! hast du die kugel gesehen oder habe ich überhaupt bei dir geschossen er ist schon bei uns in der halle ja ist halt dieser hostvater oh man ey ich kacke wie kackt ich bin kacke gerade ja ich auch nicht das ist hammer kacke ich muss die ganze zeit sneaker selbst dann hört man anscheinend noch die klasse wechseln du hörst einen auch noch wenn du einen ninja drin hast ja aber nur so minimal glaube ich weiß wo die sind prob ich nicht der schießt auf mich oh was habe ich denn als zweitwaffe drin ey die verkackte tube diese thumber scheiße ey ich kann nicht snipen boah alter dieser ruff ist so schwul ne smoke weed everyday ist halt nicht so imagey wie ich hinten links auf der brücke er ist schon weiter runter gerannt nice henrik du bist junger ich hab nicht gesehen dass er weiter nach unten gerannt ist ja aber nachdem ich es gesagt habe einfach das sieht immer so aus guck mal der schießt daneben ja das ist eigentlich immer schlecht ey suchen und verstören lass sie verteidigen boah willst du mich eigentlich verraschen so keine ahnung wo der war ich glaube noch hinten bei denen oder da ich weiß ganz genau warum ich das mache keine ahnung ob der knapp vorher von striker auf ump gewechselt weil ich dachte der chillt da oben alter scheiße henny meine zweite war ein bisschen unperfekt ne einfach mal eine Thumper ich dachte erst dass wir die ranger gewesen shit passt hendrik ist unten in diesem mittleren kran ich dachte wir werden ein bisschen geflasht weil sie den gucken wenn zacko wo ich war es ein kill das hat einfach die komplette map ab das erste mal als sie gelassen hast du sie nicht genommen diese ruhe vor dem sturm bei der halle der camper an seinem sport hier in seinem sport glaubt er ist noch bei sich am sport da wo dieser panzer drin steht aber henrik drin warte einfach warte er muss kommen er ist runter gesprungen warte 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 ah la la will jump and run pro ich bin noch lautere Schritte rammel style Wie er in die vergagte Wand gefetzt ist ey Ok komm In der Situation macht man einfach gar nicht Ja ist echt aber mies Oh Jäger sind nicht mehr am Anfang zum Sniper du älter Holy fuck Ich war mal auf deiner Position mehr Chancen hat du dumm Nein Jonas war noch ganz hinten bei dem Plan Da wo die Hohlaufen sind Genau da Du machst das nix Du machst das Nein Wie sie auf einmal alle da waren Scheiß Scheiß die Wand an ey Ja Ja Oh Gott Äh Der nimmt Hammer oft nicht die Klasse an wenn mein Klassewechsel drückt Das ist gemeint Alter, der war hinten noch bei dir in einem Häuschen drin. Der war umgerotzt mit Ranger Akembo. Wir haben die Bombe! Hm. Die Bombe wurde platiert! Ich weiß nicht. Kein Ding. Ich bin ein King. Ich bin ein King. Hä? Woher wusstest du das? Weiß Jonas. Ohne Spaß. Er läuft quasi um die Ecke. Ja, ich hab einfach unten alles abgecheckt. Ich hab reflektiert eingesteckt. Hahaha. Das war lustig. Noch mal bitte. Was? Wie hast du das denn überlebt? Willst du mich verarschen? Och Mann, Alter. Wow! Ist immer noch der eine dieser Fusi. Leute, der leckt nur ich grad so? Ja. Also ich leck nicht. Bin zu Agerand. Bin zu Agerand. Bin zu Agerand. Oh Gott. Hahaha. Hahaha. Hast du das mitbekommen, was ich gemacht hab? Ich glaub meine Spielfigur ist einfach zu fett. Jetzt hab ich Angst. Au. Ich weiß nicht wo die sind. Ich weiß nicht wo die sind. B-Spot. Du bist voll im Blick. Dann bin ich da so runtergerannt. Er war B-Spot auf den Gang. Haha. Oh mein Gott, Alter. Handy ist so Spaß, ne? Die ist aber echt. Der ist so runtergeschossen. Oh mein Gott, Alter. Das war lustig. Oh nein. Und dann sieht Spaß einfach, ey. Oh mein Gott. Lacka. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Wie ist das? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich geh noch schon T-Mails gegen sich fliegen. Ne, kein Ding für den Kick. Wieso hab ich ja nicht gesagt, dass das was schlechtes ist. Ich hab nur gesagt, dass das was anderes ist. Boah, das bedeutet ja nicht gleich. Boah, das bedeutet ja nicht gleich. Klug, klug. Lick der Jump'n'Runner. Machst du nix? Aber wenn man einmal den Schotty daneben setzt, dann geht das nicht, ne? Du hast gesehen, was ich wollte, ne? Lick der Jump'n'Runner. Da hat ja kaum ein Jump'n'Run gemacht. Aber das war ja nicht da. Ja. So war die Treppen. Ja, egal. Ich dachte da hinten auf den Stein. Henrik! Komm Jonas. 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 Du weißt Bescheid, Jonas. Jonas ist immer der Upsnacker, Mann. Jonas ist da genau auch gewesen, wo ich Jäcker gekillt hab. Ach, ich hab ihn getötet? Ne, hab ich gar nicht. Du hast ihn nicht. Aber du wolltest es. Hey. Will er nicht gar nicht. Ne, ja. Ich versteck mich jetzt. Nö. Nö. Hab mich manchmal wie knapp man wohl aneinander vorbeiläuft. Alter. Krass. Ich glaub ich war da noch nie. Ne, doch, da war dieser komische Sniper, ne? Dachte ich mir auch gar nicht. Böken, ja. Nein, ja. Welche uns ruhig noch mehr? Muss man da an diese Leute dranspringen? Ja. Ach krass. ich bin scheiße jonas gehen wir zurück machen ja war das ist das dein ernst man hat ja der kommt hier lang hast du so lange gewartet bis ich pente du hast mich vorher doch nicht gesehen ich bin der großen hallo runtergefallen weil irgendjemand hat diesen großen fertig da zum brennen gebracht ein lieber hey warte mal die haben gerade lasst es nicht bei b sein bei b sein müssen oder die sind von b zu a gerannt aber gibt es auch gläser wir sind bei b er kommt ja ich war ja mal die vorräte holen nicht der füße nicht der füße ich kann kommen preis enttäuscht an hast du weißt du noch eine drohne henni immerhin nur eine kontaktere drohne töte ihn jonas töte ihn dafür oh mein gott alter henni serious gameplay ne ja ich versuch es das geilste sag ich und ich bin schlechter da war niemand heimdreck all jones ist in der halle mit dem mit dem prinzern russian da rein mann was sie nichts sogar noch schlecht getroffen war ich komplett auf der stromleitung da getroffen ist noch da gerusht noch A ne du oh gos oh nein wie geil das aussieht du springst aus der hoch ich drück der rein Alter bist du gar nicht mehr ja bei dem kreis in der mitte oh gott sie haben sich voll aufgeteilt voll um dich nur zu ficken ich glaube ich werde gerade gesandwitcht aber richtig hart mit schlimmes sandwich oder wie so ein gutes ein gutes 1 2a nein an der halle der plantet jetzt das ist das ist das ist das ist verkackt man warum kennst du da alter jetzt wie immer ordentlich ich du kennst das war so ne blamage dass ich dich gar nicht getroffen habe weg ne wieso na gut du hast zwar die viel bessere position aber ja ich hätte gedacht du kennst die position nicht wieso sollte ich die nicht kennen das ist das ist das ist das ist das ist das ist nicht wie ich mein besser da willst du mich eines und jonas so ein kraster und so drum habe ich noch nie in meinem leben gesehen dass das überhaupt noch ja wenn er dich weg macht dann macht er mich auch weg ich glaube ich bin erster hey die streng ich jetzt auch mal an okay da will der jonas die leite hochklettern ich hing aber krass fest alter das war voll assi ich kam da nicht hoch ja genau der war nicht drauf ich hasse mein leben alter das ist so schlecht bin ja mann lege lege power beide auf außen und der eine ist auch noch opfer außen jonas da oben im fenster oh mann fuck ich wusste nicht dass er da geduckt ist ich dachte er kann da gar nicht rüber gucken jonas musst du nicht hammer eingeschränkt haben von der nade und von dem schuss noch du hast mich mit der nade getötet ja ich weiß aber hat jonas nichts davon abbekommen nee er ist einfach weiter gerusht ja ich bin in hendricks nade reingerannt glaube ich wahrscheinlich hat er sogar die nade von mir gefressen neun neun wenn du keinen reflektierten team schaden hast ja wohl auf dem team hab ich auch ok gut sorry das war zu schnell alter der der eine ist hinter dir quasi in einem haus und der andere steht draußen oh ok alter ihr müsst euch mal rein fragen wie die schüsse das waren ohne scheiß das war so gegen jonas war das so assig ne ich stehe da so guck grad auf die map weil ich gesehen oh ja verbindungsproblem bei jonas kein wunder äh ich hab grad so auf die map geguckt weil wir grad ne aufklärungsrunde hatten und auf einmal sehe ich dann so oh da steht jonas wo war der wo war der nice mccain rain wo war der wo war der wo war der wo war der nachdem beide noch hmm ne mach jetzt mal jonas oh was ist das frank wo war der schritt vor mir hehehe hehehe boah jonas auch die scheiß das ist so kacke das wir ich und henni kein ninja pro haben ne und hat ja das auch nicht ja aber ich hab hennrik nicht mehr gehört Ja, trotzdem. Wir müssen die ganze Zeit sneaken, Alter. Du kannst einfach durchrushen, ohne dass man dich hört. Wo? Ich hab nur Henrik gesehen. Der Feind blockiert unter Radar. Beende die Mission. Du bist als einziger Rüder. Beende die Mission. Feindliche Aufklärungsrunde gerichtet. The fuck. Pff. Nein. Nick ist bei diesem... Wie heißt das? Keine Ahnung. Nein! Oh, das ist knapp. Schade. Alter. Ja, ging trotzdem durch. Alter. Fuck. Oh mein Gott. Schade. Aber Henny, du hättest dich auch mal anstrengen können, ne? Ja, tut mir leid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.